So, da sind wir hier wieder auf dem Doria Und da oben ist die Station Das hätten wir hier schon Ja, durch einen kleinen Akis Connect haben wir wieder das Problem, was wir schon einmal gehabt haben Ja, du hast die Quest Paddle Ja Also Kann nicht Kann nicht Kann nicht So, dann holen wir unser Auto Und wir können Riftrolle Dann Ach, dann eigentlich Wir fahren der Quest wahrscheinlich Alles aus angeboten Was tut Telepodieren Wo war der jetzt genau irgendwo dahinten? Äh Äh Ja 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 Krista Ja Genau Rumm 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 Bei der Schlöße? Bei der Schlöße, ja. Vielleicht hab ich da lustig. Ich war das erste Teil schon liegen. Ich hab schon was gefunden. Verdammt. Oh jetzt. Das heißt, das war nicht das nächste. Da da. Ich sehe nur, woher ist alles von ihm. Wahrscheinlich. Ich hab mal wieder ein paar aus, dass da unten liegt. Na warte, ich hab was gesehen. Ah, das war die... Die Lacken sind aber eigentlich immer recht fützige Musik. Ich schau, der B ist nicht dafür, dass ich auch zu verholen bin. Und das. Ein weiteres Teil hab ich auch noch gefunden. Ja, bei dir oben ist auch eins. Dann hab ich schon das letzte. Kartei! Das ist ja schneller dann, als ich dachte. Dann hätten wir noch die Tagebücher. Ich hab keinen Widerstand gehabt haben. Nein, das nicht. Aber haben wir ja bei der SMG auch nicht gehabt, glaube ich. Die SMG, glaube ich, war es. Der hat uns auch ein beschissenes Teil getroffen. Ja, das ist, was 300km irgendwo in der Gegend rumgelegen ist. Ja. Ja. Das ist ganz wundervoll. Wir sind da aus dem Haus rumgelegen. Man hat's eh gesehen. Und... 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 Ist bei uns jetzt... Wir sind einfach nur in der Richtung, gesagt worden. In der Umgebung. Ja, aber wir können ja schon mittlerweile nicht ein bestimmtes Platz haben. Auf die Dächer, wo du drauf springst. Ja, okay. Wo wir sagen wollen, bei dem Springsystem. Das ist ja echt. Aber du springst wenigstens schön hoch. Oder du musst da erstmal resalieren. Ja, das stimmt. Resalieren. Realisieren. Resalieren. So, da müsste es sein irgendwo. Auf der anderen Seite, oder? Na doch. Jo. Die steigert. Also. Zwei. Alter. Was ist das? Okay. Drei Tage, kein Schlag. Drei Tage, kein Schlag. Gerade. Sechs. Käfer. Alphabetischer. Alphabetischer. Reifolk. Parabus. Autic. Ich wollte die dritte. Ja. Die Datenzifferung... ... auf der Entzifferung ergaben. Lassen mich auf den... Ereignisses schließen. Und ich glaube damit... Und ich glaube damit ist die Öffnung der Kammer gemeint. ECO rekordern, ECO rekordern... Ich füt mich mehr zusammen. Aber wir bleiben Freunde. Aber wir bleiben Freunde. Jetzt einverstanden. Jetzt einverstanden. Weil wir diese Sache zu Ende bringen und wir in den Flügel suchen nach der Zwischenkammer zu sehen. Sie ist kein Mythos. Mach sie mal der Mediklinik! Der schwebt! Der ist ein Fünfer. Der ist ein Fünfer. Der ist ein Fünfer. Schnauze! 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 Du! Wir haben uns Teure abgefasst sein lassen. Höch, Höch, Höch! Höch, Höch! Höch, Höch! Autsch! Auf dem Boden! Was ist das jetzt? Nein, hinter dir! Von der unten. Wir haben da noch welche. Oh! Autsch! So! Passt das jetzt. Der wird jetzt endlich leveln. Vielen Dank! So! Level, Level, Level! Bei Levelpunkt, der hättest du wieder. Irgendwo muss das Ding sein. Was? Ich schlägt, dass du hier nicht vorschnellst. Nein, die Abwicklung des Berserkers ist noch nicht. Ich habe eigentlich gar kein Geld. Den haben wir da. Ja. Ich habe da was gefunden. Dann lass uns mal wieder einschauen. Hätte ja wieder lustig werden. 616. Manchmal wünschte ich. Manchmal wünschte ich. Ich hätte diesen Auftrag hier nie. Dahl will, dass ich abhalte. Zeit zu gehen. Zeit zu gehen, hieß es so. Alle anderen sind schon weg. Bis auf die Kriminellen, die sie freigelassen haben. Das sind nicht meine Freunde. Ich wollte auch schon passen. Ich wollte auch schon passen. Aber dann habe ich etwas... Ich glaube, es ist ein Schlüssel zur Kammer. Das beweist, dass sie wirklich... Hier auf Pendant. Hier auf Pendant. Und sie könnte mein werden. Ich habe auch rechnen. Auf etwa 60 Monate gelassen. Das ist beinahe seit 100 Jahren hier sein muss. Die Kammern zuletzt geöffnet worden. Wenn ich jetzt abreise. Wenn ich jetzt abreise. Ich bleibe. Ich bleibe. Vielleicht gewinne ich doch eine Strecke zum Freunden. Okay. Oh, das ist gut. Der hat mein Auto geschmortet. Scheiß Beine da. Alter, ich häng doch. Ja, ich häng. Zurück, Betty. Zurück, Betty. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Sehr gut. Looten, 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 looten. Alles meins. Alles meins. So. Wo ist der Auftrag? Hey, da ist er offen. Eine Slyper. High Slyper. Und eine Stroblätter. Mit Schock. Sieh dir das an. Sieh dir das an. Sieh dir das an. Ich höre nicht mehr. Ich höre nicht mehr. Schockwaffe. Wärme. 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 Eine Schockwaffe. Wow. Ich hoffe, sie ist ein bisschen auf der Schock. Wo ist das? Es wird wieder sein. Ja, das wird wieder sein. Warte mal. Ich habe meinen Foto. Ja, den Foto haben wir bestätigt. Nein. 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 Sief. Oh, wo in der Nähe könnte es das sein? Ob ihr erst dachtest, das liegt hier im Wasser. Oder lags nicht. Nein. Wollen wir mal vielleicht da? Dann ist er bitte Und dass er deswegen kriminell wurde Er hatte ein Tattoo am Hintern Herr Krischer stand da Oder so etwas ähnliches Vielleicht habe ich mir das auch nur eingebildet Jedenfalls bewacht Ich habe ihm das Schlüsselfragment ab sofort woanders auf Wo es sicherer ist Das ist äußerst wichtig Ich habe es einem Mann Namen Crazy All gegeben Der mag keine Menschen Bei ihm ist der Schlüssel sicher Ich habe ihm auch meine Unterwäsche gegeben Ich will die heute heran Und nicht für das Die Doktor, gell? Die ist genau auf meine Ohren Länge weiter Woher haben wir noch zum Suchen Aber ist cool wie die die Story eigentlich in der Geschichte eingebaut haben Ja, es ist lustig Autsch, Autsch Koste mal einmal Uh, blau Du hast das Du hast da Du hast das Du hast das Du hast das Ahhhh Irgendwo ist ein Tag kein tagebuch wäre, wo würde ich die verstärken? anders was ist das? obendrüber oder was? was ist das? rein ich werde zusehen, ob ich nicht irgendwen auf diesen Planeten zu bringen, mir zu helfen vielleicht kann ich ja eine interplanetare Nachricht absetzen, um Kammerforscher anzulocken wenn es in Gesellschaft wird es schön, ja wird es schön ja er hat sich so, als war sie der ausschlaggebende Punkt für die ganze Geschichte gehe ich doch nicht los, oder? wenn du das nicht Spaß macht so, die letzte Nachricht, die ist natürlich richtig geil ich bin gleich mal hier beim Bredl ja, links da oben bei Arm ja, genau hier ja, genau hier cool, da bin ich außerhalb des Camps aufgewacht es ist nicht wie ich dort hin kam, aber entscheiden kann ich das Camp wieder verlassen cool, da hat es 3DA auch einfach aufgehört zum reden da ich bin so, es ist aber 300m leiser aber ok so, dann geben wir das schon mal ab, was wir haben da kaut wieder laut ooooo i hab eine Schroflinte gekriegt lila teuer ooooooh, hauen wir hin ich weiß nicht, ich müsste die Tür auch gekriegt haben oh, oh, oh Oh, was haben wir nun? Ich flächere meine. Ah, ich würde nicht schon lächeln, kommst du drauf? Okay, bin schon wieder fast freu. Ich bin gewünscht, ich bin gewünscht. So, jetzt müssen wir Flugblätter töten. Geht der Jäger-Mob? Nein, hab ich gerade. Okay. Das war schon mal vor, gell? Oder ist Bescheid was, dass ich den Partner poste? Ups. Eieieie. So, es steht noch nicht auf dem Plan. Ah, da hinten treffst du den... Cool. Ach, ich hab mir gedacht, ich fahr mal aus der Map raus. Oh mein Gott, doch. Oh Gott, auch, dass der das ist, doch? Ja, ja. Also. Probieren die drei... Da war halt der Minimap mal wieder sinnvoll. Ja, ja, etwas. Du schießt scheiße. Was ist Gerd? Jetzt bin ich mal voll Kopf. Jetzt bin ich mal voll Kopf. Hast recht. Tauschen wie die Sitze. Ja, bei mir hab ich gesagt, du schießt scheiße. Also. Ja. Das sind so die Sprüche, die was er abläuft, wenn du Sitzwechsel vorschluckst. Hab ich gemacht. Und jetzt? Ja. Ja, knallt sie ab, sagt er. Ja, ruf. Ja, ruf. Ja, ansberto. Ja, das ist noch mal. Ja, da war ja noch. Ja, das ist noch mal auf. Drei, das ist noch mal. Oh, das ist noch nicht noch mal. Ja, hier sind noch mal. Ja, da war's. er hat mich die plätze noch schnell sammeln aber wieder mehr als man braucht aber okay Munition was haben wir da? Schlechter Schlechter Waffenkiste, Schlechter Deal Besser Schlechter 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 Dann... ... gibts eh eh nur noch eins zum Tor, hier in der Gegend Und zwar ist das hier, das gehe ich mit retten Schlechter 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 Oh, da ist was wieder, schau. Besser als deines, wie du, Gott. Jaaaa! Oh ja! Es ist nur, dass ich nicht so hoch aufs Maul fliehe. Schau, wie sie ist. Schau, wie sie ist. Starna. Boah, mal. Auto geparkt. Ist doch die Starna da, oder? Da ist noch so ein Auto in Echtsam, die sind voll cool. Wie wirklich? Steuerung sollte dann besser sein. Ich erinnere mich ein bisschen an die Bauzeitsteuerung meistens. Nein, ist nur beschissen, die ganze Steuerung. Oh, da hinten rein. Das ich da nicht mit dem Auto durchkohle, ziehe ich sogar ein. Wie viel? Ja, da durch Flucht. Ah doch, ok. Folge. Aus. Auf. 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 Bäm. 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 Ich glaube, das ist los für dich. Natürlich. Feuer. Auf. Vier. Ich höre. Auf. Bäm. Ich höre. Ich höre. Dich weg. Nun geht es. Wenn wir die Mannen reden, greift es nicht so. Woh, du sammeln. Das ist ein richtig spüren. So, ich rede mal wieder weiter. bei lang geht's Hier, wir haben ein Medikit gefunden. Wie lang geht's? Wir müssen in die Stadt reinnehmen. Ich sehe immer wieder früher mit dem Leben. Wie machst du das? Ich glaube, ich habe Gesundheitsregeneration auf dem Spiel. Und außerdem absorbiert meine Vogelgesundheit. Ah, so. So, da ist die Fans. Das Spiel kommen wir schon Leute anschießen. Okay, warum nicht? Oh, so. Oh, so. Oh, so. Oh, so. Cool bleiben. Cool bleiben. Cool bleiben, hab ich gesagt. Cool bleiben. Dann rutsch du! Weg mit dir dann! Ich glaub, der hat mich nicht gewacht! Cool! Rückenfeuer gehen kann? Ja! Der ist freundlich, danke! Der ist so lange nicht unter Beschuss, der geht jetzt eh noch! Tup, tup, tup! Tup, tup, tup! Tup, tup, tup! Wo ist er da? Einer habe ich noch da! Wo? Ich werd weglaufen! Da hat er, hier ist grad auf dir! Oh! Das hat mir leere! Ah, der da! Komm her! 1 4 4 5 5 5 5 5 4 Oh, das ist der Chekhov. Ja, der Kleine oder was? Ah, das ist ein Mensch, wo sie fast nie geklebt. Oh, klar. Ich kann nicht mehr. Kann rausgehen, diesen Massaker. Da ist seine Christen, der hat man die vergessen. Kein ruhig zu sein. Hat der Chekhov was vorhin lassen, was nicht? Ich weiß nicht, ich war beschäftigt. Ich habe gerade mit mehreren Sachen kämpfen müssen. Du hast kein Einsicht ziehen zu mir gehabt, ich habe mich so allein durchkämpfen müssen. Ah, hoffentlich. Ja, genau die habe ich gemeint, die darf man nicht vergessen. Ah, SMG ist aber beschissen. Wo flinden darfst du selber schauen. Beschissen. Da hinten ist der Tag gestorben. Was ist? Da ist der Tag gestorben. Ah, SMG. War gar nicht in mir. Blaue SMG, mal schauen. Brot. Das ist ein SMG, oder? Das ist ein Ding. Nein. Aber meine ist besser. Ich glaube, ich lege mir die geldierte Waffen zu. Nein. Nein. Ich habe mich. Ich hab hier gedacht. Ich hab hier gesagt, wir machen die Hand zu. Nein, ich hab hier gesagt. Nein. Naja. Was ist das? Der Revolve ist geil, aber er hat eine zwei Magazingröße, das ist halt aber die Scheiße. Gut haben. Ich hab schon gute. Zwei Magazingröße ist halt schon bescheuert. Oh, halt auf! Aber schnell nachladen, ja, das geht ja wenigstens. Wenn du schon mal brennende Waffen hast, dich ein brennender Psychopath nicht effektiver zu sagen, wir verschwinden hier. Ja, aber die Dings zu effektiver. Komm, 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 ciao Jungs, viel Spaß euch noch. Okay, aufgrund schon. Oder ist da oben noch, äh, oben, es haben sicher noch irgendwo Kette geschickt. Die ganze Zeit die Leiterung gliedig. Ah, dann darf ich sagen, wir geben den Scheiß fest da einfach ab und... Ich hab jetzt mit Verlust 300 Joder rummeiern. Oh, das ist scheinbar. Ja, tickt. Geld, 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 geld. Ich hab schon wieder verhelfen, ist gewesen, Level 3, geil. Oh, thanks. Deinkalender ist? Bude,啦. Van Fantastic Beatz, ist gleich. Weiß mal dran. Oder hier, Nummer ist am Key Payens? Erich Franks gefunden, weiß nicht mehr wer Erich Franks ist Tua, irgendeiner Erich Franks Dann auf jeden fall in New Haven Wir haben da nun Old Haven zum Tor Um Kreis des Gemenzels müssen wir auch noch machen Du hast die Möglichkeit ein Portbottet, du Arsch oder? G weiß nicht so was Da oben ist so eine Übergangsorte vielleicht, ist da auch einer oben aber müssen wir nämlich nur abgeben dann immer nach dings zog wir müssen erst mal zur station von dem ding hier ja ich hab die kam vielleicht muss die mvw nicht Ich glaube, über sowas denkt der aber nicht. Dass der hier innen auf dem Planeten Bandora überhaupt so wer denkt, ist schon ein Wahnsinn für sich. Denkt jeder, das siehst du ja. Ich bin gerade mit einem Kimmer, tut mir echt leid. Oh Gott, wir hätten nur Quests hierfür bis zu den Level 22 Schwierigkeit da. Der war hier oben. Aber wir werden sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Bis dann, ciao, ciao. Peace out.